Hallo und herzlich willkommen zurück zu Movie Star Planet. Ja, leider ist meine letzte Aufnahme Schrott gegangen. Ganz, ganz doof. Denn ich habe in der letzten Folge eigentlich meine Raum neu gestaltet, neu gemacht mit den tollen Sachen, die ich von euch bekommen habe und habe mir auch ein paar selber gekauft. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal hier rein, was ich gemacht habe. Auch ich habe mich so geärgert, dass es nicht richtig aufgenommen hat und dass es nur gekrisselt hat und total scheiße war. Aber ja, manchmal passiert das leider. Naja, auf jeden Fall habe ich das alles ganz kuschelig eingesichtet hier. Habe noch ein paar Fledermäuse gekauft, weil ich die total toll fand und ich das ja alles so ein bisschen hexenmäßig, Harry Potter-mäßig so einsichten wollte. Habe noch ein Fenster dazu gekauft, habe eure tollen Sachen hier mit eingearbeitet. Das Bücherrikal steht hier. Und ich habe ein paar Haustiere gekauft. Oh, das war so, so super süß, wie die ausgeschlüpft sind. Und wir werden die auch gleich mal füttern, weil ich glaube, die werden wahrscheinlich extrem hungrig sein. Äh, Medizin? Ist er etwa Quank? Oh, nehmen wir Medizin. So, jetzt geht es ihnen schon sehr viel besser. Ja, und ihr dürft natürlich die Namen aussuchen für diese wunderschönen kleinen Bonis. Und zwar einmal von diesen süßen kleinen Bonis. Ich finde die so super toll. Oh, ein Geschenk, ein neues Geschenk. Danke. Danke. Ahanas. Dankeschön. Ja, wir werden jetzt erstmal füttern. Und wie gesagt, den Namen für diese süße kleinen Boni dürft ihr natürlich aussuchen. Wir werden ihn erstmal satt füttern. Oder es ist ja eigentlich besser gesagt eine Sie, würde ich sagen. Sieht zumindest so aus. So, können wir jetzt noch ein bisschen sauber machen? Ah, das ist... Oh, ich finde die so süß. Ernsthaft. Ich finde die so toll. Ähm, bis das grün wird, muss man das bestimmt machen. Oh, sehr cool. Und Level 3. Yay. Sehr super. So, dann haben wir hier noch das nächste kleine süße Boni. Der braucht natürlich auch Medizin, wie es aussieht. Ah, da dürft ihr natürlich auch einen Namen aussuchen. Sieht auch aus wie ein Mädchen auf jeden Fall. Und ich finde die so süß. Und ich glaube, wir werden gleich auch nochmal ein paar Bonis dazu kaufen. Denn wenn ihr eventuell mal irgendwann auf meinen Raum geht, sollt ihr natürlich auch was davon haben. Und deswegen werde ich die jetzt immer schön füttern und pflegen, damit die, ähm, schön was abwerfen. Auf jeden Fall, wenn man da rauf geht und die Farmen geht. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Und ja. Ach, guck mal, ich hätte nochmal spielen können. Da habe ich jetzt gar nichts dran gedacht. Gucken wir gleich nochmal. Na, wirst du auch aus Level 3 jetzt noch? Das wäre natürlich auch super. Sauber schrubben. Nee. Ich glaube, ja, mehr geht leider nicht. Vielleicht noch ein bisschen spielen. Ah, und wie spaßig das, das findet. Und wie freudig die sind. Oh, ich liebe die. Die sind echt so toll. Ich habe auch gesehen, irgendjemand von euch, ich weiß jetzt nicht, wer das war, hat in seinem Profil ein Pferd dabei. Das finde ich ja auch mega cool. Ich weiß allerdings nicht, wie das funktioniert und wo man dieses Pferd her bekommt fürs Profil. Ähm, falls es jemand von euch weiß, sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Hört das irgendwann auf oder muss man so lange machen, wie es geht? Oh, okay. Level 3, yay. Okay, so lange, wie es geht, ist wahrscheinlich am besten. Oh, ich mag die. Ich mag die so gerne. So, jetzt haben wir hier noch einen ganz klitzekleinen Süßen. Oh, der ist auch so süß. Auch da dürft ihr natürlich den Namen aussuchen. Also einfach in die Kommentare schreiben, wie dieser kleine Süße heißen soll. Ich glaube, es ist ein kleiner Mann. Es sieht aus wie ein kleiner Mann irgendwie. Wobei, es könnte auch ein Mädel sein. Okay, ist nicht hungrig. Alles mal sauber machen. So, schön sauber machen. Muss natürlich gepflegt sein, der süße Kleine. Oh Mann, ich bin so verliebt in die. Wirklich, das glaubt ihr mir gar nicht. Ja, und dann werden wir gleich mal gucken, ob wir da noch ein paar Geschwisterchen zukaufen können. Denn ich war wieder recht fleißig eigentlich. Habe noch ein bisschen Star Coins hier gefarmt. Und bin mittlerweile auf über 4000 gekommen. Also auch ganz super. Oh, oh, Mist. Nochmal. So, jetzt aber. Mal gucken, wie viel ich hier schaffe. Ja, das Blöde. Nein, nein. Oh, verdammt. Oh, es hat trotzdem gut geklappt. Auch gut. Ja, das Gute an... Ne, das Schlechte, wollte ich ja sagen. An Movie Star Planet ist, dass es immer ziemlich, ziemlich leckt hier. Obwohl ich jetzt echt an meinem guten PC bin. Auch hier leckt das so ein klitzekleines bisschen. Aber das liegt wahrscheinlich auch echt am Spiel. Und abends ist es immer besser, wenn nicht so viele online sind. Oder mein Laptop. Es ist tagsüber fast... Gar nicht möglich, ähm... Movie Star Planet zu spielen. Weil das dann noch viel, viel schlimmer ist. Weiß nicht. Habt ihr auch diese Probleme eventuell? Schreibt es mir in die Kommentare und sagt mir da mal Bescheid. So, sauber machen, sauber machen. Ja, auch für den bitte. Namensvorschläge. Einfach in die Kommentare schreiben. Ich finde, das ist auch ein kleiner Kerl hier. Auch ganz süß. Und, äh, ja. Beschreibt die dann auch, die ihr meint, wie sie heißen sollen. Sonst weiß ich nicht, welchen ihr meint. Ja, das ist natürlich... Ah. Ist natürlich doof, dass das Sofa da vor ist. Da sehe ich immer gar nicht... Okay, oder ich klicke einfach nur die ganze Zeit. Das kann ich natürlich auch machen. Dann geht das auch. Weil ich sehe nicht, wann der Ball da ist. Und, äh, wenn er so hinterm... Hallo, hinterm Sofa. Mist. Okay, aber es funktioniert auch. Level 2. Yay. Sehr cool. So, dann wollen wir mal in den Shop gehen. Das hätten wir geschafft. Shopping. Ich brauche unbedingt noch einen Boni dazu. Ähm, wo haben wir das hier? Ach nee, das war ja direkt hier vorne. Haustiere, genau. So. Bonsters. Ich finde aber die echt süße hier. Ja, das lädt wieder alles ein bisschen. Oh, die sind so toll. Aber die sind auch echt teuer. Deswegen würde ich mal gucken, einen nochmal zu nehmen, der nicht ganz so teuer ist. So, die hier haben wir alle. Mal gucken, wer ist denn noch so niedlich? Niedlich und nicht ganz so teuer. Das ist so mein Ziel. Ah, den mag ich ehrlich gesagt nicht so gern. Haben wir den schon? Habe ich den schon? Ich glaube, den habe ich noch gar nicht. 900. Den kaufen wir mal. Okay, in meinem Raum. Sehr cool. Ähm, warte mal. Was haben wir denn an Haustieren hier noch so? Habe ich noch nicht so wirklich viel, was ich da kaufen kann? Ne, ich bleibe da tatsächlich lieber bei den, bei den hübschen kleinen Fellknäueln. Oh, die sind ja auch so süß. 1500 könnte ich mir tatsächlich nochmal leisten, obwohl der ist auch so süß. Die sind alle, den finde ich toll. Den hier nehme ich. Den finde ich auch unglaublich schön. Okay, dann haben wir nochmal zwei Stück dazu. Ähm, dann gehen wir nochmal zum Raum. Da finden wir ja jetzt die Eier. Okay, einmal bearbeiten bitte. Okay, warten wir mal, bis es fertig geladen hat. Wie gesagt, mittags irgendwie immer ganz schön lange das Ganze hier. Da sind sie, da sind sie. Aha, okay. Achso, einmal anklicken muss man das nur, ne? Genau. Und noch einmal hier. So, und die platzieren wir jetzt hier. Schön so da, oh, schön davor, oder? Oh Mist, das ist schade natürlich, dass es nicht auf den Sofa direkt hier geht. Machen wir den mal da hin. Oder warte mal. So, eins könnte auch auf den Kamin sitzen. Oder, ach nee, das ist wieder dahinter. Wo dahinter ist natürlich auch nicht schlecht. Hm, der ist so süß. Da muss ich einen ganz besonders tollen Platz finden. Wo ich den Platz hier schon recht toll finde. Weil dann nehmen wir die hier weg. Machen die hier. Vielleicht einfach da hin. Und die aus Sofa. So, dann speichern wir das mal ab. Und dann schlüpfen wir sie. Yay. Ah, guck mal. Geheimnisvolle. Na los. Na los. Lad schon. Lad schon. Lad schon. Los. Ah, ich hoffe, das Kleid. Ich kriege ein Kleid, sehe ich schon. Oh, in der nächsten Folge müssen wir dann unbedingt nochmal Geschenke öffnen. So, funktioniert das jetzt hier mal? Oh, immer dieses Laden. Ja, schlüpft, glaube ich, jetzt. Und. Na los. Paff. Paff. Na los. Komm schon. Da ist es. Yay. Und leider. Oh, da ist es. Oh, es ist so süß. Okay. Gleich mal füttern. Auf jeden Fall. Lass es dir schmecken. Tja, da ist natürlich, da ist entweder ein Junge oder ein Mädel. Weiß man bei ihr nicht so genau oder bei ihm. Dürft ihr natürlich auch den Namen aussuchen. Da werde ich immer mal gucken, was ihr so als Namensvorschläge habt. Dann werden wir den Namen so ab und zu mal dann einfügen. Je nachdem, wie oft ein Namensvorschlag kommt. Spielen mache ich jetzt aber nicht. Es ist natürlich blöd, dass das so dahinter jetzt ist. Moment, kann man das nochmal bearbeiten? Das gefällt mir nämlich nicht. Das würde ich schon gerne davor haben. So, Moment. Kann man das nicht irgendwie davor setzen? Oder Moment, vielleicht wenn man das anders macht. Wo haben wir denn jetzt die Pflanze? Wenn man die einmal wegnimmt und dann erst dahin. Da. Okay, ich glaube, das war die falsche Pflanze. Weiß aber auch nicht, wo die dann ist. Aber die war wahrscheinlich woanders. So, dann nehme ich die eine Pflanze direkt erst mal weg. So. Ja, jetzt ist sie hinter dem Boni. Nein, jetzt ist sie erst. Aber das ist ja wirklich komisch gemacht hier. So soll das sein. Genau. Ich hoffe, das bleibt so. Einmal speichern. Oh, der ist auch so niedlich. Okay. Wollen wir den mal erwecken hier? Dauert wieder so Ewigkeiten, bis das dann so weit geladen ist. Ach Mann. Da muss man ein bisschen Geduld haben auf jeden Fall. Aber wenn es um diese süßen kleinen Tierchen geht, da habe ich auf jeden Fall Geduld. So, lassen wir sie mal laden. Ein neues Geschenk von Angie. Und danke schön, Angie. Voll lieb von dir. Ihr seid echt zu nett. So, kann ich schon mal ein bisschen öffnen? Ein bisschen was machen? Komm schon raus. Ganz besonders süßes wird das hier. Ich weiß, ich habe jetzt sehr oft süß gesagt. Aber ich finde die einfach toll. Los, komm raus. Da ist es. Oh, jetzt ist es aber ein bisschen doll hinter der Couch. Oh, ich finde das auch wunderhübsch. Es sieht nach Kirschen aus. Und es sieht aus wie ein Mädel auf jeden Fall, finde ich. Wie gesagt, auch dafür sehr, sehr gerne einen Namen in die Kommentare schreiben. Glückwunsch, Level 1. Yay. So, machen wir es noch einmal sauber. Wie gesagt, spielen schaffe ich mit den Kleinen leider jetzt nicht mehr. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das kann ich ja noch nachholen dann. So, dann muss ich das noch einmal bearbeiten, dass es doch noch ein bisschen höher sitzt. So richtig schön auf der Couch. Ganz gemütlich. Die anderen wärmen sich vor dem Feuer. Der wärmt sich auf dem Feuer. Und der ist hier so wunderschön auf der Couch. Ich finde es echt schade, dass das nicht richtig aufgeht. Geht das hier vielleicht so? Ne, auf der Couch ist besser. Das sieht besser aus. Oh, die sind süß. Ich bin von denen so begeistert. Gut. Hätten wir das alles geschafft? Und damit haben wir schon sieben? Oder sind es sechs? Müssen wir gerade mal gucken. Sechs. Sechs Stück. Sechs Boonies. Heißen die überhaupt Boonies? Ich nenne sie einfach Boonies. Ich finde Boonies passt wunderbar. Weil da steht ja auch immer Bonds. Das heißt, ich finde aber Boonies klingt immer sehr viel schöner. Oh, ich finde die toll. Ah, wie schön. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir auch mal ein paar Geschenke öffnen wieder. Und da sage ich auf jeden Fall schon mal vielen, vielen herzlichen Dank wieder für eure super tollen Geschenke. Die sind immer super toll. Kann man nicht anders sagen. Und bis zur nächsten Folge. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.